hallo meine freunde hier ist der carsten und ich habe hier mal eine schöne partie von meinem sohnemann die er gerade gemacht hat fand ich richtig klasse und würde ich sagen gucken wir uns einfach mal die wiederholung an war richtig toll tolles spiel mein sohn ist schwarz noch mal hat er richtig gut gemacht damen tausch gleich da habe ich ihn zu geraten weil die dame wäre einfach zu gefährlich noch gewesen hauptsache er behält seine zwei türme das war der plan und er hat funktioniert wie ihr gleich sehen werdet was rein sehr geil sehr geil spiel richtig richtig cool ja in letzter zeit habe ich nicht viel schach gespielt wie gesagt weil andere sachen mich momentan halt mehr wie gesagt filme hier dies das aber schach geht immer freunde schach geht immer das war es gleich feierabend schönes spiel muss man einfach mal so sagen schönes spiel kann ich die kamera drehen kann ich die drehen machen wir erst mal aus würde ich sagen geile partie bis dahin meine schachfreunde tschüss und Untertitelung des ZDF, 2020